Wenn es eine Aktie gab in den letzten Monaten, die ganz besonders und ganz häufig von meiner Community angefragt wurde, dass ich diese Aktie doch bitte gerne mal analysieren soll, dann war das die HIMS & HERS Aktie. Und genau das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Ich habe mir in den letzten Monaten ein bisschen Zeit genommen und auch in den letzten Wochen verstärkt mehr Zeit genommen, um HIMS & HERS, beziehungsweise abgekürzt HIMS, mal näher anzuschauen. Und ich muss euch sagen, ich kann verstehen, wieso diese Aktie durchaus ordentlichen Nachfrage bei mir in der Community und auch bei vielen Privatanlegern mittlerweile hat. Es handelt sich dabei immer noch um ein sehr kleines Unternehmen, aber es erinnert mich in vielerlei Hinsicht an ein anderes Unternehmen, das bei mir aktuell im Depot ist, nämlich die SoFi Aktie. Wieso das so ist und wie viel Potenzial ich in dieser Aktie sehe, Nun, das werden wir uns jetzt in diesem ersten Analysevideo mal zu HIMS & HERS Aktie anschauen. Es wird dabei kein volles Analysevideo geben. Ihr kennt mich ja, ja, weil bei mir gilt eine volle Analyse, wenn ich hunderte von Stunden in eine Aktie gesteckt habe und nicht irgendwie, keine Ahnung, nach 20 Stunden ein finales Fazit ziehe. Nein, bei mir geht es immer darum, eine Aktie zunächst einmal kennenzulernen und dann über die Zeit immer mehr Wissen aufzubauen. Bevor wir tiefer eintauchen in HIMS und die Aktienentwicklung, das Potenzial und was überhaupt diese Aktie und dieses Unternehmen ist, nochmal der Hinweis, ihr könnt unten beim ersten Link, wenn ihr diesem folgt, könnt ihr euch im Moment eine Gratisaktie sichern beim Finanzen.net Zero Broker. Das ist auch ein Broker, den ich selber benutze und meiner Ansicht nach einer der besten Broker hier in Deutschland. Also einfach mal ausprobieren, registrieren und sich eine Gratisaktie sichern, wie zum Beispiel eine Commerzbank, Biontech oder wenn man mehr Glück hat, auch eine Apple-Aktie. Und jetzt blicken wir mal zu HIMS und HERS und stellen zunächst einmal fest, dass der Aktienkursverlauf, wenn man ihn mal so ein bisschen in der Historie anschaut, das Unternehmen ist noch nicht lange an der Börse und im Endeffekt ist man hier oder diesen Kursverlauf, den man hier sieht, hat man in den letzten Jahren öfters gesehen. Unter anderem auch bei meiner zweit- bzw. drittgrößten Position, je nach Tag. Also in dem Fall SoFi. Es handelt sich bei HIMS und HERS also hier auch um einen SPAC, also um ein Unternehmen, das praktisch an die Börse gekommen ist durch einen Zusammenschluss mit einem Investitionsvehikel, einem SPAC-Unternehmen. Und dieser Verlauf hier, also das hier war praktisch einfach der SPAC, bevor es announced wurde, mit wem dieser SPAC fusioniert. Danach gab es einen großen Knall nach oben, nachdem es bekannt gegeben wurde. Und nun schleichend seit Mitte 2021 oder Anfang 2021 bewegt sich der Aktienkurs von der HIMS-Aktie auch eher tendenziell gegen Süden. Man hat jedoch hier einen sehr schönen Turnaround geschafft und befindet sich oder befand sich in den letzten Monaten eher wieder in einem Abwärtstrend. Und jetzt kann ich auch im Endeffekt so ein bisschen nachvollziehen, wieso ganz viele Personen jetzt auch nach dem jüngsten Dip wieder gefragt haben, Hey JD, wie siehst du HIMS und HERS? Und ich musste mir die Aktie zunächst einmal ein bisschen tiefer anschauen, um so ein erstes kleines Fazit zu ziehen. Deswegen schauen wir uns mal das Unternehmen mal im Detail an. Also grundsätzlich handelt es sich bei HIMS um ein Telemedizinunternehmen. Es ist ganz, ganz grob mit einer Teladoc zu vergleichen, jedoch nur eher wirklich ganz grob, weil es sich in diesem Hauptsektor der Telemedizinunternehmen bewegt. Im Endeffekt ist HIMS aber doch ein bisschen spezieller und eher so ein bisschen im Business-to-Customer-Umfeld praktisch ansässig. Das heißt, man ist sehr, sehr stark auf den Kunden, also auf den Endverbraucher fokussiert, während dann eher Teladoc so ein bisschen B2B-mäßig aufgestellt ist. Und wir schauen uns grundsätzlich mal an, was denn HIMS so wirklich leistet, dass es jetzt eben in ganz, ganz vielen Investoren-Augen gewandert ist unter dem Fokus von vielen Einzelpersonen, aber auch, und das kann man, denke ich, auch schon sagen, nicht nur von Einzelpersonen gewandert ist, sondern über die letzten Monate und Jahre auch viele, ich sag mal, größere institutionelle und auch unabhängige Investoren diese Aktie für sich gefunden haben. Wir können ja hier beispielsweise mal rübergehen zu den Fonds von Frank Thelen. Dann sehen wir auch hier, hat er schon seit längerem HIMS und HERS bei sich in den Depots, in den Fonds, ja, hat er auch hier zwischen 3 und 4 Prozent jeweils gewichtet. Auch so ein typisch sehr stark auf Technologie und Disruption ausgelegter Bereich von Frank Thelen. Aber er ist natürlich auch nicht der Einzige. Wir haben grundsätzlich, wenn wir auch weiter schauen zu Tip Ranks, haben wir hier auch entsprechend, wenn wir mal auf die Analystenwertungen schauen, dann haben wir hier 4 Kaufratings und nur 3 Holdratings und alle sagen, dass wir durchaus noch ein deutliches und ordentliches Potenzial haben bei dieser Aktie. Also es handelt sich dabei jetzt nicht nur um ein Meme-Stock im klassischen Sinne, ja, wo jetzt einfach nur ganz viele Privatinvestoren vor allem aus den USA auf diese Aktie aufhüpfen. Nein, es sieht auch tatsächlich so aus, dass auch größere Investoren, auch Wall-Street-Analysten Gefallen an dieser Aktie gefunden haben. Und ich wollte herausfinden, okay, wieso ist das so? Deswegen schauen wir uns einfach mal grundsätzlich an, was das Unternehmen jetzt im ersten Step macht und wieso es tatsächlich so erfolgreich ist. Also grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, es handelt sich dabei um ein Telemedizinunternehmen, aber hier jetzt auch nochmal im Speziellen. Denn wenn man sich mal so ein bisschen die Produkte auch anschaut, wo jetzt Hims und HERS aktuell unterwegs ist und wo man vor allem sein Geld dran verdient, dann kann man, denke ich, sagen, dass es sich hierbei zumeist um Bereiche und Produkte handelt, die so ein bisschen ein kleines Stigma manchmal auch bedeuten für die Person, die es betrifft, beispielsweise Erektionsprobleme, beispielsweise Haarverlust oder andere Dinge, über die man vielleicht nicht unbedingt so gerne reden möchte vielleicht auch oder manche Person dann eher das Ganze als unangenehm empfinden, damit zu ihrem Arzt zu gehen und hier irgendwie sich ein Mittelchen zu holen. Und hier hat Hims eine sehr, sehr lukrative Nische für sich erschlossen. Und das werden wir gleich auch noch an einigen weiteren Dingen praktisch feststellen. Also man kann sich hier schon mal durchgucken und man sieht schon, einer der größten Treiber eben für den Umsatz, für das Wachstum von Hims war tatsächlich der Bereich der Erektionsprobleme im Endeffekt für Männer und da verdient man tatsächlich sein Geld. Also man muss hier schon sagen, man hat hier eben eine sehr spezifische Nische angesteuert und hat diese sehr erfolgreich besetzt und wächst jetzt aus dieser Nische sehr stark heraus. Wie gesagt, sowas mag ich grundsätzlich auch in meinen Investments. Ein Unternehmen sucht sich eine Nische, verankert sich dort und wächst dann praktisch aus dieser Nische deutlich stärker heraus. Wir sehen also auch hier praktisch, wenn man sich mal das Wachstum des Unternehmens anschaut über die letzten Jahre, dann sehen wir hier ein richtig, richtig starkes Wachstum. Also könnt ihr mal hier beispielsweise kurz zum Marketscreener rübergehen und blicken hier dann vielleicht einfach mal hier unten auf das Quartalswachstum. Dann seht ihr hier, das Unternehmen hat eine gigantische Wachstumsstory. bereits in seiner sehr jungen Vergangenheit schon erreicht. Das Unternehmen ist noch nicht wirklich alt und ist wirklich seit sehr kurzer Zeit an der Börse und das Wachstum war aber enorm. Das Unternehmen befindet sich noch aktuell in einer Verlustzone. Das heißt, man schreibt noch Verluste, aber man ist bereits Cashflow positiv. Also auch hier muss man sagen, es gibt nichts hier aus dieser Bewertungssicht. Die werden wir uns gleich aber nochmal im Detail ein bisschen genauer anschauen. Es gibt jetzt aber zumindest von den finanziellen Kernzahlen nichts, wo irgendwie einem sagen würde, oh, auf keinen Fall kaufen, ja, man verbrennt Geld oder sowas. Ja, trifft auf Hims nicht mehr zu. Das Wachstum war wie gesagt die letzten Jahre enorm stark und jetzt kommt eben die potenzielle Profitabilität. Das Wachstum ist aber nicht nur im Umsatzergebnis sehr stark, sondern auch dadurch bedingt bei den Mitgliedern. Das ist jetzt vielleicht auch so eine kleine Besonderheit jetzt in diesem telemedizinischen Aspekt. Man hat hier tatsächlich Mitglieder und zahlende Kunden im Endeffekt. Monatliche zahlende Kunden, so ein bisschen wie Netflix kann man sich das vorstellen, ja. Man hat einfach Abos oder Subscribers, die jetzt in den letzten Quartalen auch immer in Summe immer weiter zugenommen haben. Wir haben mittlerweile 1,3 Millionen Subscriber in Summe bei der Telemedizin und den Produkten der Telemedizin von Hims. Und das Schöne dabei ist auch, dass die Kunden im Laufe der Zeit ein stabiles beziehungsweise sogar leicht, ein ganz leicht steigender Trend zu einem durchschnittlichen Umsatz pro Member generieren. Auch das ein sehr großer Vorteil. Man kann sich daraus wiederum ähnlich wie bei Sofa so ein Bild machen. Die Kunden, die da hinzukommen, ja, und die Subscriber, die da hinzukommen, die gehen jetzt nicht nur hin und probieren das Ganze einmal, sondern die sind wirklich jahrelang oftmals bei dem Unternehmen und die treten auch nicht zurück. Das hat auch eine ganz spezifische Besonderheit bei den Produkten zu tun, die wirklich sehr, sehr schlau gewählt ist von dem Hims-Management und dieser wirklich Go-to-Market-Ansatz extrem stark ist. Wenn wir uns mal grundsätzlich neben diese Produkte anschauen, für Hims und Hörs, also praktisch für ihn und sie, dann stellen wir immer wieder fest, dass sich vor allem dieses Unternehmen auf Produkte fokussiert, die erstens, wie gesagt, oftmals so ein kleines Stigma manchmal mit sich bringen oder eben die betroffenen Personen nicht so gerne drüber reden wollen, vielleicht auch nicht so gerne zum Arzt gehen wollen, nicht irgendwie im Wartezimmer hocken wollen beim Urologen oder sonst was, sondern für die ist es viel einfacher, irgendwie übers Handy so einen kurzen Telefonanruf zu haben mit irgendeinem Arzt, der am anderen Ende von den USA hockt, also ganz weit weg. Und eben dort vielleicht auch viel einfacher man seine Sorgen über das Telefon jemandem erzählen kann, als in einer Person, die jetzt direkt einem vorm Gesicht hockt. Und jetzt eben, wie gesagt, zu den Produkten. Da ist es ebenfalls sehr interessant, wenn wir mal ein bisschen wieder hochgehen, dann sehen wir hier, dass die Produkte hier eben dafür sorgen, dass man die Kunden sehr, sehr lange als zahlende Kunden auch behält. Denn es handelt sich bei diesen Produkten im Endeffekt um Produkte, die man ein Leben lang oftmals oder sehr, sehr lange zumindest nehmen muss. Wenn man dieses Produkt aufhört zu nehmen, dann kommen nämlich die Probleme wieder zurück zu diesem Kunden. Beispielsweise für Erektionsstörungen. Wie gesagt, ich erwähne es immer wieder, weil es jetzt einfach das größte Produkt für HIMSS ist. Man hat hier 50 Prozent des Umsatzes, erzielt man damit. Auch das wird man vermutlich sehr lange einnehmen müssen. Oder man hat hier irgendwelche Probleme wegen dem Herzen, Herz-Kreislauf-Problematiken, wo man das Ganze wieder sehr lange einnehmen muss. Haarverlust, auch da wieder ein Thema, wo man entsprechend die Medizin, wenn man sie dann aufhört zu nehmen, dann verliert es die Wirkung. Depression, auch das, wie gesagt, oftmals Themen, die einen sehr, sehr lange und immer wieder begleiten. Akne-Thema und so weiter. Das heißt, das Unternehmen, wie gesagt, zielt ganz spezifisch eben auf mehrere Nischenbereiche und zielt dort eben auf Produkte drauf, die dafür sorgen, dass die Kunden, wenn sie dann einmal im Unternehmen sind, wenn sie einmal bei HIMSS sind und dort auch entsprechend einen positiven Nutzen dieses Produktes haben, dass sie auch langfristig entsprechend dann immer wieder dieses Produkt nehmen müssen und dadurch eben langfristig zu zahlen den Kunden werden und nicht jetzt irgendwie einmal ein Produkt kaufen, einmal entsprechend das Problem gelöst wird und das war's. Nee, HIMSS fokussiert sich tatsächlich auf entsprechende Medikamente und Dienstleistungen in diesem Sinne, die immer wieder kehrend sind. Und das ist jetzt vielleicht einmal der nächsten Punkte, wo sehr vielversprechend wird auch sein, um das Wachstum weiterhin sehr hoch zu halten. Hier der nächste Punkt, wo man entsprechend hier auch den nächsten Go-to-Market-Ansatz im Bereich Gewichtsverlust oder Gewichtskontrolle dann praktisch entsprechend abzielt. Auch hier haben wir in Europa ja gesehen, dass Nouveau Nordisk mit entsprechenden Mitteln hier auch einen deutlichen Kurssprung im Aktienkurs gesehen hat. Vor allem in den USA ist natürlich ein riesiges Thema, das Thema Gewichtsverlust oder entsprechend auch Gewichtslevel halten oder verlieren und dann halten. Und das wird man entsprechend dann auch sehen, dass das langfristig genauso eben wie alle anderen Produkte eben die Kunden vermutlich ein Leben lang oder zumindest, wenn sie natürlich nicht ihre Ernährungsweise und nicht ihren Ansatz dann praktisch grundsätzlich mit dem Leben ändern wollen, dann werden sie die Medikamente auch nehmen müssen. Und das ist meistens ja viel einfacher, ein Medikament immer wieder zu schlucken und zu nehmen und dann irgendwie das Ergebnis zu erzielen, wie grundsätzlich irgendwie seinen Lebensablauf zu ändern. Also hier wie gesagt ein sehr, sehr starkes Produktportfolio. Jetzt aus dem Sinn, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf die Produkte ein, aber aus dem Sinn, dass diese Produkte eben von den Kunden fast ein ganzes Leben lang vermutlich oder ein Großteil des Lebens eingenommen werden müssen. Auch die Zielgruppe, auch hier wieder kann man sagen, dass das zumeist jetzt keine Personen betreffen wird, in der Regel, die jetzt irgendwie 16 bis 30 sind, sondern meistens eher so im mittleren Alter sich befinden. Und das ist dann auch oftmals genau die Zielgruppe, die eben auch entsprechend das nötige Geld hat, um hier eben diesen Premium-Ansatz von HIMSS zu fahren. Und HIMSS ist ein Premium-Anbieter, denn diese Produkte, die man hier oftmals sieht, die sind oftmals eigentlich schon frei zugänglich auf dem Markt. Also im Sinne von, hierbei handelt es sich nicht um irgendwelche Produkte, die jetzt geschützt sind und die jetzt irgendwie von HIMSS entwickelt wurden, an sich aus jetzt mal so ein paar Mischungen, beispielsweise, dass man jetzt hier irgendwelche Tabletten jetzt praktisch von der Formel neu zusammensetzt. Aber an sich hat hier HIMSS keinen Patentschutz auf diese Produkte. Das sind oftmals mit Inhalten, die schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt sind. Aber eben, wofür man dann entsprechend persönlich zum Arzt gehen muss und persönlich dann sein Rezept sich abholen muss. Dann vielleicht sich schon unangenehm irgendwie in der Wartereihe befindet, unangenehme Situation beim Arzt. Und dann muss man zur Apotheke gehen und dort ebenfalls eher vielleicht eine unangenehme Blicke sehen oder zumindest Personen vielleicht das oftmals so wahrnehmen. Und darauf hat jetzt eben genau HIMSS abgezielt. Also dieses, diese Stigma-Produkte würde ich mal sagen. Und dann eben das Ganze nur online, dass sich die Person auch nicht entsprechend irgendwie aus dem Haus begeben muss in dem Ansatz. Und dann bietet man eben für genau diese Probleme entsprechende Produkte an, gelabelt mit HIMSS und HERS. Das heißt, wenn man jetzt auf diese Produkte geht, ja, dann sind das genau oftmals einfach Produkte, die gelabelt sind mit der Marke HIMSS oder der Marke HERS, so wie hier, dabei aber vom Inhalt oftmals nichts jetzt komplett Neues definiert wurde oder nichts komplett Neues entwickelt wurde, sondern jetzt eher dieser Burgraum und dieser Ansatz von HIMSS sich tatsächlich eher in dem Rahmen befindet. Wir bauen für ihn und für sie ein Telemedizinunternehmen, wo man sehr bequem einfach auch die Probleme, über die man nicht gerne spricht, lösen kann. Und genau dafür bietet dann das Unternehmen auch direkt die passenden Produkte. Aber in den Produkten selber, wie gesagt, da muss man sehr wichtig unterscheiden, hat man in der Regel keinen großen Burggraben an sich selber. Das jetzt nun mal so ein bisschen zum Ansatz von HIMSS und HERS und das Wachstum spricht im Endeffekt für dieses Geschäftsmodell. Wir haben gesehen, dass in den letzten Quartalen das Wachstum enorm war. Wenn man sich auch die Führungsriege anschaut, auch da ist so eine kleine Erinnerung wieder an SoFi. Muss ich immer wieder ziehen. Wir haben hier nämlich entsprechend auch Gründer oder auch Management-Personen, die eher so ein bisschen aus dem Tech-Rahmen kommen und das Unternehmen langfristig auch in den Tech-Rahmen bewegen wollen. Wir haben hier zum Beispiel den CFO, der von Uber und Alphabet kommt oder hier auch den Legal-Ansatz, ja, CLO, ebenfalls vom Legal-Team, grundsätzlich also eher so ein bisschen auch mit Fokus Richtung Technologie und Tech-Ansatz. Und Tech gehört gleich praktisch zum zweiten Punkt von der strategischen Position her, wohin sich nämlich entsprechend HIMSS entwickeln will. Also als allererstes schreibt man Trusted Brand. Und das hat man, glaube ich, die letzten Quartale und die letzten Jahre auch immer gesehen. Man versucht einen enormen Wert eben auf die Marke, auf den Brand HIMSS und HERS zu setzen, weil, wie gesagt, eben oftmals in diesen Produkten keine so große Burgmauer selbst steckt. Das heißt, Brand ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für dieses Unternehmen. Wir werden das gleich auch noch mal ein bisschen uns anschauen aus dem Gesicht der P&L, also praktisch der Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann kommt, wie gesagt, der zweite Punkt Leading Technology. Das heißt, man will hier eben nicht nur die eigene App und so weiter praktisch fortführen, sondern auch bei neuen Innovationen entsprechend selber dann hier immer versuchen, mit dabei zu sein. Die jüngsten Entwicklungen auch um den Rahmen Künstliche Intelligenz haben da HIMSS und HERS vielleicht so ein bisschen in die Hände gespielt. Auch hier gibt es gleich noch mal von mir einen langfristigen Ausblick, wohin das Ganze führen kann. Also, wie gesagt, gerne dran. Länger dranbleiben, auch wenn das Video vielleicht schon ein paar Minuten länger ist. Hier, wie gesagt, der Rahmen Leading Technology. Das heißt, man will hier tatsächlich, und da schreibt man sich auch als zweites drauf, Tech-Unternehmen zu sein. Und dann kommen jetzt entsprechend noch mal weitere Punkte, wie eben innovative Produkte. Auch da wird es eben entsprechend schwierig. Und hier muss man sich dann langfristig vielleicht in dem Bereich orientieren, dass man vielleicht tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt anfängt, seine eigenen Produkte zu entwickeln oder in diese Produkte zu investieren. Aber man sieht schon hier, die Reihenfolge ist vor allem Brand. Das heißt also Marke vor Produkt. Zumindest vor Produktinhalt, muss man hier sagen. Und als zweites dann eben der Tech-Stack und die Tech-Plattform, um eben schon bereits vielleicht vorhandene Produkte so an den Kunden anzupassen, wie es nötig sein muss, damit man entsprechend hier das Ganze leveln kann. Also hier weniger aus dem Bereich Produktinnovation. Also man ist jetzt auch kein Unternehmen, das jetzt irgendwie jahrelang an einem neuen pharmazeutischen Durchbruch forscht. Im Moment zumindest noch nicht so in diesem Umfeld, sondern eher auf bestehende Produkte setzt. Das, was schon tatsächlich forschungsmäßig Ergebnisse geliefert hat und das dann eben durch eine starke Brand und eben dieser Tech-Plattform, Online-Remote-Plattform entsprechend seinen Mitgliedern dann anbieten will. Hier wird das Ganze noch mal ein bisschen näher auf das Thema eingegangen, aber das schauen wir uns vielleicht irgendwann mal noch intensiver in anderen Videos an. Wichtig ist jetzt hier eben zu verstehen, dass es sich bei Hims & Hears eben um ein Telemedizinunternehmen handelt. Das heißt, man bietet eben diese Produkte oben an. Das Ganze auch relativ schnell und zeitlich vernetzt, immer direkt mit Ärzten. Denn meistens bekommt man ja diese Tabletten auch in den USA nicht rezeptfrei, sondern man braucht entsprechend auch irgendein Arzt, der dann sagt, hey, ja, du hast dieses Medikament nötig und da wird es dann eben auch hier der nächste Punkt, der hier wichtig ist für Hims, ist nämlich diese Remote-Anwendung. Also, dass man praktisch im Endeffekt 24-7 immer irgendwie sich zu einem Arzt zuschalten lassen kann, ohne lange Wartezeiten, ohne irgendwie unangenehme, auch in den USA ist es ja wieder auch immer wieder so ein Thema, Dysfunktionalitäten im Gesundheitssektor. Und hier muss man sagen, dass sie oftmals Hims versucht, diesen Vorteil des Remote-Anschlusses auch zu den Ärzten, der vor allem auch während der Corona-Pandemie hochgekommen ist, hier verstärkt auszunutzen. Also hier Produkte zum einen, wo man eben sehr, sehr viel Umsatz mit generiert und zum anderen eben dieser Tech-Stack, wo man Remote mit Ärzten und Apotheken online sich dann entsprechend verbinden kann. Hier muss man im Endeffekt sagen, dass hier das Ganze eher so funktioniert, dass man hier diesen Tech-Stack anbietet, also praktisch die Ärzte und die Apotheken-Zuschaltung Remote anbietet. Vor allem, also hier wird man kaum Geld, kaum Umsatz raus tatsächlich generieren können, sondern der Umsatz entsteht dann, wenn die Personen dann eben in der App ihren Arzt zugeschaltet bekommen haben oder mit ihrer Apotheke telefoniert haben, dass man dann eben in der App heraus sagt, hey, genau, und jetzt haben wir das passende Produkt für dich, ja, jetzt haben wir unser tolles Premium-Produkt, kauf es doch direkt bei uns. Dann gibt es dann praktisch den Arzt, der sagt, ja, du brauchst jetzt hier irgendwelche besonderen Pflegeprodukte für deine sehr trockene Haut oder für deine Akne, damit es hier besser geht. Gibt es hier zum Beispiel ein Produkt von Hims, das vielleicht ein bisschen teurer ist als irgendein anderes Produkt, wo jetzt frei auf dem Markt zugänglich wäre. Aber auch das stellt sich eben in Frage, denn wie gesagt, es handelt sich hier dabei alles online, ja, alles remote. Man spart sich also dadurch Geschäftsstellen oftmals und kann vielleicht auch dadurch Produkte günstiger anbieten, als jetzt viele andere Apotheken oder jetzt irgendwelche Einzelhändler in den USA. Aber hier ist eben diese entsprechende Verknüpfung so da, dass man eben den Arzt zugeschaltet bekommt und danach dann idealerweise direkt das Produkt auch über Hims sich kaufen kann. Und jetzt muss man sagen, okay, sehr interessanter Ansatz. Wohin kann das Ganze führen? Wenn man sich hier mal das Wachstum der Kunden anschaut und das Wachstum des Umsatzes anschaut, dann ist das ein extrem vielversprechendes Unternehmen, das in den letzten Jahren auch massiv abgeliefert hat. Ich glaube auch, dass diese Aussage kann man nicht unterschätzen. Das Unternehmen hat ähnlich abgeliefert wie SoFi. Man hat sogar seine eigenen Zielmarken, die man damals bei dem Börsengang entsprechend auch sich zum Ziel gesetzt hat. Die hat man pulverisiert. Man ist viel schneller gewachsen, als man selber vorhatte. Man ist viel schneller gewachsen, als die meisten Analysten auf dem Schirm hatte. Man hat tatsächlich abgeliefert beim Umsatz. Man hat abgeliefert, mittlerweile ist man auch Cashflow-positiv. Das heißt, wir können auch hier wieder runtergehen und sehen hier einen Cashflow-positiven Jahresertrag für das Jahr 2023, hier entsprechend 26 und dieser Cashflow soll steigen. Wenn man jetzt uns grundsätzlich mal die Bewertung anschaut, dann muss man sagen, okay, wo ist hier das Problem des Unternehmens? Also man liefert sehr stark ab. Das Unternehmen ist erfolgreich, das Management ist sehr stark, das Wachstum ist enorm stark. Die Wachstumsdynamik lässt auch nicht zu wünschen übrig. Wir haben hier ein Unternehmen, das in der Nische sehr erfolgreich ist, auch entsprechend starke Margen erzielen kann und in den nächsten Monaten auch nach Abzug von Stock-Based Compensation tatsächlich auch einen positiven Nettoertrag wird generieren können und man kann auch sagen, dass der Ausblick, den das Unternehmen hier gibt und vielleicht auch von den Analysten eingerechnet ist, vielleicht ein bisschen zu niedrig ist. Wenn man hier auf die Revision schaut, dann könnt ihr hier mal schauen. Seit 2020 müssen die Analysten hier hinterher rennen und immer weiter, immer wieder das Ganze erhöhen, weil das Management einfach so stark abliefert, dass man hier, wie gesagt, nicht nur die eigenen Erwartungen immer wieder schlägt, sondern auch die Erwartungen von den Analysten schlägt und dann fragt man sich eben, okay, wieso hat dieses Unternehmen bei einem so starken Wachstum für ein Wachstumsunternehmen eine relativ geringe Bewertung? Also wenn man uns hier mal den KUV-Ansatz mal anschaut, unter 2, wenn man mal den Free Cashflow heranzieht, dann sehen wir hier jetzt irgendwo 2 bis ins Jahr 2025 10% und danach wird man ja weiter wachsen im Cashflow. Das heißt, sehr starke Cashflow-Renditen über die nächsten Jahre. Wo liegt also das Problem des Unternehmens? Wo ist es tatsächlich vielleicht kritisch zu sehen? Und da muss ich mir auch ein bisschen Gedanken zu machen zu dem Unternehmen, weil es durchaus vielleicht ein paar Aspekte gibt, die sind sehr, sehr stark und ähnlich wie bei mir in meiner zweitgrößten Gewichtung, nämlich hier bei SoFi. Aber es gibt auch ein paar Unterschiede und diese Unterschiede sind dann zum Beispiel auch hier, wenn man mal in den Geschäftsbericht von Hims & Hearst schaut, unter anderem die Marketingkosten. Ich glaube, die Anleger von Hims & Hearst und die Investoren, die werden das jetzt wahrscheinlich schon öfters gehört haben, aber die Marketingkosten sind enorm hoch im Vergleich zum Umsatz. Das ist jetzt im ersten Step nicht schlecht, denn wir sehen ja hier, wenn die Marketingausgaben steigen und zwar deutlich steigen, steigen auch die Umsätze entsprechend mit. Aber das Verhältnis ist nämlich so stark, dass man im gleichen Rahmen, obwohl die Marketingausgaben steigen, auch hier sein negatives Ergebnis reduzieren kann. Das heißt, wenn man jetzt hier die Möglichkeit hätte, seine Marketingausgaben nochmal deutlich zu steigern, also zu verzehnfachen und dann würde sich irgendwie der Umsatz verzehnfachen, dann wäre man auf einmal in einem positiven Bereich und dann würde man sehr viel Cashflow auch generieren und relativ viel an die Aktionäre auch schütten können. Solange man also mit einem sehr guten Erfolg Marketingausgaben hochsteuern kann und das eben sofort zu einem deutlichen Anstieg im Umsatz wird, ist das ein mega, mega starkes Ergebnis. Aber, und das ist jetzt eben so ein bisschen der Knackpunkt. Dabei handelt es sich um ein Telemedizinunternehmen, wo so ein bisschen in einem Markt aktiv ist, der sehr viel Konkurrenz aufweist. Also es gibt relativ viele neue Startups in diesem Umfeld. Wir haben auch hier zum Beispiel Amazon, ein großer, ein sehr großer Anbieter auch für Apothekenprodukte in den USA, hier mit Amazon Clinic, die jetzt hier auch durchstarten möchten und die im Endeffekt genau auch auf dieses Geschäftsmodell abziehen von Hims und Hearst. Ja, hier zieht man entsprechend genau auf die gleichen Punkte ab, wo jetzt Hims vielleicht so seine Nische gefunden hat und Amazon hat schon eine Marke, eine sehr starke Marke auch in den USA. Vielleicht würde man Amazon jetzt nicht unbedingt vertrauen für den Punkt, ja, Medizin oder Apotheken, aber es wird bestimmt sicherlich viele Personen geben, die jetzt hier vielleicht auch in dem Punkt mal zunächst mit mit Amazon anfangen würden. Hier also der Punkt, ja, Hims und Hearst ist jetzt hier in seinem Segment, in seiner Nische nicht alleine und der Aufbau hier entsprechend einer Burgmauer in diesem Umfeld erweist sich schon durchaus als schwierig. Nicht unmöglich, aber es ist durchaus schwierig, vor allem, wenn man hier im nächsten Step nochmal drauf schaut und guckt, okay, was mir jetzt eher ein bisschen weniger gefällt in diesem Geschäftsumfeld ist, dass die Marketingausgaben, ich sag mal, für mich persönlich bedeuten Marketingausgaben immer ein kurzfristiger Umsatztreiber. Es ist positiv, wenn das natürlich immer so eins zu eins funktioniert, es gibt ja auch Unternehmen, die erhöhen das Marketingbudget um, keine Ahnung, um 200% und steigern nach dem Umsatz um 50%, das ist natürlich schlecht, also hier hat man schon gewissermaßen eine sehr starke Marketingkampagne, aber auf der anderen Seite würde ich es aus meiner persönlichen Sicht viel, viel besser sehen, wenn man anstatt diesen sehr starken Umsatzanstieg durch deutlichen Anstieg der Marketingausgaben erreicht, wenn man das Ganze über Technologie und Development erreichen würde. Das heißt, wenn man jetzt hier anstatt von 107 Millionen US-Dollar in Marketing steckt und nur 11 Millionen in Technologiebereich, das Ganze vielleicht eher Richtung 50-50 so ein bisschen gebalanced wäre, denn mit diesem Bereich würde man sich eher langfristig meiner Ansicht nach eine stärkere Burgmauer aufbauen können. Jetzt ist es natürlich der Punkt, nicht in jeder Branche macht es Sinn, so viele in Technologie und Entwicklung zu stecken, weil einfach die Branche das nicht herausgibt. Vielleicht ist es so im Telemedizinbereich, aber da muss ich auch sagen, okay, dann ist es eben umso einfacher für andere neue Startups in diese Branche einzubrechen oder desto einfacher ist es dann vielleicht auch für Amazon hier ein bisschen stärker aufzurollen. Also hier der Punkt der Burgmauer für Hims und Hearst ist vielleicht so ein kleines bisschen die Frage. Auf der anderen Seite muss man aber fairerweise dazu sagen, Hims und Hearst sagt ja selber, einer der wichtigsten Punkte, wo man hier entsprechend auch seine Burgmauer sieht, ist ja hier im Branding, das heißt dann praktisch in dem Markenaufbau und hier muss man dann eben sagen, okay, wie stark sind heute noch Marken? Gibt es wirklich noch so die großen Marken? Außer Apple jetzt mal zu sehen, gibt es aber diese große Markenbindung wie jetzt vielleicht noch vor 20 Jahren, bevor eben alles online wurde und bevor jetzt eben Meta und Instagram und TikTok hochgekommen sind und bevor es jetzt eben auch im Online-Umfeld deutlich einfacher und transparenter oftmals wurde. Also wie stark sieht man jetzt tatsächlich den Bereich der Marke an und dem zweiten Punkt eben Technologie? Dabei muss man auch dazu sagen, dass sich das Ganze hier im Telemedizinbereich sehr, sehr dynamisch entwickelt und auch über die nächsten Jahre kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier einige innovative Fortschritte gibt, die den Bereich Technologie noch deutlich wichtiger machen werden. Ich habe ja vor einigen Monaten ja ein Video zum Beispiel gedreht zu Oxford Nanoport. Das werde ich jetzt einfach am Ende dieses Videos einblenden. Wer sich das Ganze anschauen will, könnt ihr gerne machen. In diesem Video habe ich euch auch auf ein Produkt hingewiesen, wo meiner Ansicht nach über die nächsten Jahre durchaus ein enormes Potenzial liegt, nämlich mit diesen sehr kleinen DNA-Sequenzierern in diesem Endeffekt, wo man entsprechend auch zu Hause haben kann, die vielleicht langfristig sehr günstig werden und dann hat man zu Hause so einen kleinen DNA-Sequenzierer, schließt dann oder kann das Ganze irgendwie direkt über einen USB-C-Anschluss an sein Handy anschließen, gibt dann hier einen Tropfen Blut ab in diesen sehr kleinen Analyse-Monitor und dann kann angeschlossen an einen sehr leistungsstarken, leistungsstarkes Handy oder irgendwas anderes, ein Laptop, wie auch immer, kann dann eben diese Blutprobe sofort analysiert werden und das würde meiner Ansicht nach in Verbindung mit dem Ansatz der Telemedizin, vor allem hier bei Hims und Hörst, mega stark funktionieren, weil dann hat man wirklich den Punkt des Arztes sofort auf dem Handy, man hat dann auch tatsächlich klinische Daten, wovor man wirklich dann tatsächlich sagen kann, okay, was steckt in meinem Körper, was fehlt mir vielleicht an irgendwelchen Nährstoffen, die ich mir zu mir nehmen muss, was stimmt vielleicht mit mir grundsätzlich nicht oder was geht einfach in meinem Körper vor und wo habe ich jetzt Anwendungs- und Anpassungspotenzial und dann wird immer der Aspekt und der Ansatz von Hims und Hörst Vorteile finden, denn die Menschen sind einfach bequem, das heißt, sie werden von zu Hause aus sofort dieses Angebot nutzen und wenn dann Hims und Hörst oder der Arzt ihnen dann vorschlägt, hey, um deinen Zustand zu bessern oder wir haben analysiert durch diese Blutprobe, wir konnten jetzt feststellen, dass dir das und das fehlt, um das entsprechend bei dir zu beseitigen, damit du dich besser fühlst, damit deine Akne weggeht, damit das und das nicht mehr passiert, hast du jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du änderst deinen Lebensstile und deine Ernährung, verzichtest auf das, musst jetzt mehr das machen oder alternativ hier eine Pille von Hims oder Hörst, suchst sie aus und sehr viele Personen werden natürlich dann den einfachen Weg gehen und eben zu der Pille greifen, deswegen der Ansatz und das langfristige Potenzial von diesem Unternehmen oder von dieser Branche an sich auch grundsätzlich halte ich für langfristig enorm groß, man muss jetzt eben bloß darauf achten, inwieweit es hier Hims und Hörst gelingt, auch tatsächlich diesen Brand-Vorteil zu festigen und vielleicht auch langfristig ein bisschen mehr in den Bereich Technology überzugehen, damit man eben nicht nur den Vorteil der Brand hat, sondern tatsächlich auch führende Technologie und dann vielleicht auch tatsächlich irgendwie innovative Produkte mitfinanziert oder mit in die Forschung reingeht, die eben dann nur Hims anbietet und wenn das gelingt, dann ist das ein Unternehmen, dann ist das keine 1,3 Milliarden US-Dollar wert, dann kommen da durchaus nochmal zwei, drei Nullen dazu, langfristig über sehr, sehr lange Sicht, deswegen ich verstehe das, wieso so viele Personen jetzt auch in den letzten Monaten auf mich zugegangen sind und haben gesagt, hey JD, schau dir Hims und Hörst an, das könnte was für dich sein und tatsächlich es gibt hier einfach so viele Punkte bei diesem Unternehmen, wo ich sage, mega spannend, man muss aber eben wie gesagt auch auf die Schwächen schauen und ich werde mir in den nächsten Wochen sicherlich noch intensiver das Unternehmen anschauen, vielleicht verstehe ich auch noch diesen Technologieblock zu wenig, um ein finales Fazit zu ziehen, aber für mich als Fazit grundsätzlich sehr interessantes Unternehmen, gigantisches Potenzial für die Zukunft, im Moment sogar für meiner Ansicht nach für das Potenzial, was man hat, sehr günstig bewertet und deswegen wandert es, auch wenn es noch nicht direkt in mein Depot wandert, stand heute zunächst einmal auf meine Watchlist und zwar relativ weit oben hin. Das ist jetzt mal soweit meine erste Analyse, meine ersten Gedanken zu Hims und Hörst. In den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen wird, denke ich, von mir noch ein bisschen mehr zu dem Unternehmen folgen, aber ich freue mich auch auf deine Kommentare, wenn du dich stärker mit dem Unternehmen auskennst. Schreib mir das Ganze unten gerne in die Kommentare und wer sich für noch mehr Biotech und Pharma und Tech-Unternehmen interessiert, ja, für den blende ich jetzt einfach hier das Unternehmen an, Oxford Nanopore, das diesen Mini-Sequenzierer im Endeffekt anbietet. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.